Ja, Kian, wo bist du morgen? Hey, grüß dich Edwin. Ja, wo werden wir morgen sein? Wir sind in Nürnberg und treffen uns auf dem Jakobsplatz von 14 bis 17 Uhr. Wir haben unsere erste Veranstaltung als Renaissance Deutschland. Es geht um offene, ehrliche, ungeschönte Islamkritik und dann selbstverständlich auch um das große gesellschaftliche Thema Remigration. Das ist das, was wir morgen machen werden. 14 bis 17 Uhr, alles wird live ausgestrahlt von der EWO, eine große YouTube-Plattform. Ich hoffe, es sind viele Leute dabei und schön, dass du dabei bist. Ja, und vergessen wir nicht, unser Freund Gernot ist natürlich auch noch dabei. Richtig, das wollte ich auch noch dazu sagen. Ja, Gernot Tegelmeier, auch ein großer politischer Aktivist der patriotischen Szene. Und ich freue mich, dass wir ihn morgen an Bord haben. Und ja, wir gehen als Renaissance Deutschland zum ersten Mal an den Start. Und ich hoffe, das ist nicht das Ende, sondern der Anfang einer großen Reihe von Veranstaltungen. Ja, also sei morgen da. Es ist hochnötig, dass was passiert. So geht es nicht weiter. Ganz Europa geht am Arsch. Wir brauchen Leute, die uns unterstützen. Bravo.